ja hallo jungs meine frau filmt heute ist meine kamera frau und ich wollte euch dann mal vorstellen da ist er der charp 250 jetzt wollte ich euch nur mal zeigen die sache mit dieser kamera geschichte das ist jetzt gerade abgeschaltet jetzt ist es an ja so leichter kameraausgleich da kann man schön sehen vielleicht so und was man natürlich bestimmt gut sehen kann der hängt beim arsch da muss noch ein bisschen eingestellt werden die pietwerte stehen noch nicht so ganz toll so kameraausgleich dazu so sieht ein bisschen gebiegen aus kommt noch ein bisschen träger aufs jahr so und jetzt machen wir mal eine schöne landung hier mal gucken und jetzt probieren wir das gleich auch mal aus der möbius die brauchen wir nämlich nur hier hinten ein bisschen rausschieben wir müssen auch an das knöpfchen kommen ein käppchen abnehmen und dann schauen wir mal das ding einfach mal starten departe so lämpchen blinkt blninkt blnm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020